Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden WM-Bronze. Seid ihr mit dem Rennen zufrieden? Das Rennen war sehr, sehr gut. Wir haben uns eventuell einen besseren Platz erhofft. Aber wir haben alles gegeben. Das Rennen lief eigentlich echt gut. Also wir können uns klagen und für unsere erste AWM ist es echt top. Also wir freuen uns auch. Genau, erste AWM. Ihr seid das erste Mal hier bei so einer großen Veranstaltung mit dabei. Wie wirkt das Ganze auf euch? Es ist anders als mit 23 auf jeden Fall. Sehr aufregend, muss man sagen, wenn man so über den Platz läuft mit so kleinen Fangirl-Momenten. Wenn man da große Ruderer sieht. Selbst im eigenen Team im Hotel ist es sehr aufregend. Aber es ist eine super Erfahrung und wir sind unendlich dankbar, dass wir das dieses Jahr vom DRV bekommen haben. Super, dann feiert schön.